Möchten Sie Ihre Gardine an Gardinenringen befestigen, nutzen Sie unsere Gardinenringe mit den passenden Haken. Die Ringe sind mit einer geräuschmindernden Gleiteinlage versehen. Der Gleiteinsatz ist nicht als Ring gefertigt und lässt sich darum, sollte er beim Aufhängen oder Abnehmen der Gardine einmal herausrutschen, leicht wieder einsetzen. Der Gardinenhaken passt perfekt in die so entstehende kleine Lücke. Befestigen Sie die Haken vorsichtig an Ihrer Gardine und verschließen Sie sie. Schieben Sie die Gardinenringe auf Ihre Gardinenstange auf und befestigen Sie das Endstück. Ein kleiner Tipp, möchten Sie verhindern, dass der Vorhang beim Schließen vom Rand des Fensters nachrutscht, setzen Sie einen der Gardinenringe vor den Wandhalter für Ihre Gardinenstange.